Übrigens hab ich schon Miniature Red Heart gefunden wieder, ne? Ja, die droppen die Monster-Handels wieder mal. Eben, hab ich aus nem Creeper rausgeschnitten. Hm, ok. Ich weiß gar nicht, sind die jetzt schwächer geworden, nachdem es jetzt die Grün und Gelben noch gibt. Ich weiß nicht, ich hab ja... das Gelbe gibt mir nur einen Herz, also... Naja. Ich schätze, die geben dir alle drei einen Herz. Hast ja halt vier Herzbalken insgesamt. Ja, ich weiß nicht, warum sind die dann verschieden stark? Wahrscheinlich, weil die Roten zuerst weggehen. Wie regen wirklich. Aber selbst wenn du die Roten voll hast und dann die Roten Herzcontainer nimmst, hast du Gelbe Herzens. Hä? Ja, weil die wahrscheinlich übergeordnet sind. Als erstes werden dann deine Gelben Herzen weggehen, dann deine Roten und dann deine echten. Ja. So ungefähr. Ja, irgendwie so war's mal. Ich pack die ersten 15, ich cobblis down noch einmal. Warte, was machst du da grad? Äh, Breville. Ja, bringt mir nichts. Was willst denn du? Oh, close down. Achso. Wie nehm ich hier grad? Darst du so, ne? Achso. Nehm ich einfach die Sand hier. Den Sand, der hier schon rausgepulvert wurde. Und nehm ich noch. Nehm mir noch schnell nen Hammer mit. Da. Steinhammer. Du kannst den auch nochmal durchpulvern, dann kommt... glaub was. Ja, aber da ist, da ist noch ähm... Dein drin, deswegen. So. Und noch nen Diamanten. Wunderbar, das heißt ich kann jetzt eigentlich mit Blutmagie anfangen. Na ja, er kriegt davon nichts mit. Gefällt mir. Warte davon, wenn er geht. Jo. Ich glaube, dass ich dieses Video eh nicht anschauen, also können wir lästern. Du hättest vielleicht wenigstens ähm... Den Gravel zu Ende durchsieben können. Hm, hab ich doch. Achso nicht. Klar, bei mir so hast du jetzt zu Ende, okay. Ein Blutalter, was brauch ich für ein Blutalter? Ja. Zwei Gold. Wollten wir haben. Ich im fertigen Zustand, glaub ich. Nö. Weil zwei Gold hab ich verwendet. Achso. Ah, ist ja egal. Wieso fühlt der Hoppa nicht mehr nach? Das ist irgendwie komisch. Der Hoppa ist Redstone-Vensitiv, ne? Glaubst du an? Du darfst fahren. Vanilla, warum? Bildkopf ist hier nicht drauf, ne? Obwohl, der Bildkopf ist glaube ich auch sensitiv. Naja. Ich schmelze hier ja jetzt mal. Ach, du schmelzt? Ein bisschen, äh, Silber-Kopper. Macht das irgendwas mit Nickel und Albe? Äh, Silber-Kopper? Ja, mit Eisen gibt's halt Invar. In der Theorie. Ja, Nickel und Eisen gibt Invar. Hm. Okay, dann ist wahrscheinlich zu wenig Nickel da. Ja, ich schmelze jetzt einfach doch mal alles rein. Übrigens, ne? Auch wenn wir ganz viele von den Creeper-Köpfen haben, ich kleb die alle an die Wand hier. Okay. Wieso? Unglaublich egal. Okay. Kein Kopf von mir. Kein Kopf von mir. Bei mir auch keine. So. Und dann brauche ich noch Smooth Stone. Einer ist in der Kiste liegen irgendwo. Ja, ich brauche vier. Ja. Jetzt können wir die Rüstung machen. Komplett, oder? Komplett. Nice. Schön. Machst du die gerade? Ja, du machst die gerade. Kriege ich die dann? Nein, ich brauche auch einen. Wir hatten uns aber schon von Anfang an darauf geeinigt, dass ich die kriege. Ne. Simon? Hm, ja, ja. Gib die ihm mal. Niemals! Das war aber die Aussage, dass nämlich ich meine Lederrüstung an ihn abgebe, weil ich dann die Eisenrüstung kriege. Da kriegst Korn. Okay. Du hast die Kiste zerfüllt. Sollte? Oder ist das... Kannst mich mal... Manual Submit. Ja, nee. Muss erfüllt. Ja, wenn ihr mich in solche Gespräche nicht mit anbeziehen... Doch, haben wir. Nö. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Ja, dann musst du die Ohren aufmachen. Eben. Du warst da, als wir darüber geredet haben. Hm. Scheiß die Körperbrüse. Dann ist hier oben beim Stahl, ne? Dann ist hier oben beim Stahl, ne? Ja. Und was habe ich denn Schönes? In dieser Basic Bag. Da geht's denn von dem ganzen Karm, den keiner braucht. Questbook. Äh, welches? Äh, Stahl. Ganz unten. Open. Open. Clean Reward. Und es gibt mir... noch ein Rain Muffler. Das ist immer gut. Manchmal ist es noch 2 Gold. Genau. Boah, ist da viel Zeug drin. 28. In Gezilbe. Hm? Was fehlt mir für ein autonomes Activator? Mal wieder... was anderes zu machen, als ich ursprünglich wollte. Ich bin los, den ganzen Karm rauszuholen. Also, ich hör grad nen Enderman. Wo? Ich mein Schwert nicht bei. Nein! Was? Hier ist nen Enderman, ja? Ja. Genau wie meinte. Ja, hier beim... Druck. Bein was? Ähm... Hexmasse. Ah. Waffenhaus. Och, komm. Ist doch verarsche. Was... Wisst ihr was verarsche ist? Das Spiked Sword, ne? Ja. Das hat, ähm... Jetzt für Skill-Level-Experte... gerade nen Auto-Moss-Upgrade gekriegt. Okay. Ich hör noch nen Enderman und ich seh ihn auch. Oh. Jetzt aber fang ich da. Das wird scheiß interessant. Und ich hab nen Enderman gefickt. Yes. Und ich werde... Verfolgt. Auf. Hab ihn. Gut. Gut. Ein... Skelett in goldener Rüstung hier. Ja. Kaputt. Gut. Einen Obsidian bräuchten wir noch. Mach noch einen Obsidian. Ich hab... Den Eimer nicht mehr. Oh, den kriegst du wieder. Der ist... Ja, okay. Im Haus ist der. Aber gut. Das da rein. Und dann nochmal... Einen Schwenkwasser dazu. Könntest du vielleicht meine Tür brauchen? Nee. Die ich mir jetzt einfach mal notdürftig die Goldrüstung an. Die halbe, die das Skelett hat fallen lassen. Oh. Beobacht. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch... nen Hoppa. Also wieviel Flickner sind die? Mal verdammt. Nicht genug. Nicht genug. Noch ein Skelett, meine Güte. Komm, geh mir auf diesen Sack. Hab ich jetzt wirklich so ausgedrückt? Ja, hab ich. Ja. Jeder gehört. Ups. Ja. Lauf direkt vor mich. Kein Problem. Du lebst ja noch. Mhm. Ey, wieviel Köpfe da schon rum. Wir haben keinen Platz mehr in unserer Wertvoll-Chests. Ich sterbe. Wo bist du? An der Sniperi. Ach ja, stimmt. Ich wollte ja die Dinger machen. Die Ultra-Chests. Da hab ich noch einer mehr gehört. Wow. Wow. Ich hab keine schlichten Reflexe witzigerweise. Ich hör... Ich hör so einen Teil und komm rechtzeitig weg. Haben wir noch Gold oder wollen wir in der Gold-Chest? Oder reicht erstmal so gut? Ähm... Ja... Also ich mach grad Gold. Das brauch ich aber noch. Ansonsten... Klar. Ja, sag mir so. Ich hab ne Gold-Rüst und anderhalbe, die ähm... schon von zwei verschiedenen Zombies getroppt wurde. Von einem Zombie aus und einem Skelett insgesamt. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Silber-Chest reicht ja auch. Ich mein, die kann mir auch noch aufhören... Nö, ich hab jetzt gleich Gold hier reingepackt. Brett. Ja, ja. Ja. Äh... Der NMN da hinten. Mein NMN kann man nie genug haben. Ähm... Gut, dann hab ich hier noch ein bisschen mehr Gold. Ah, du hast der NMN. Gut. Perle? Nichts getroppt. Schade. Ja, dann mach ich den Stahlofen mal wieder aus. Brauchen wir eigentlich... Oder doch? Nö, grad nicht. Wir könnten eigentlich das nächste machen, das ist gar nicht so schwer. Braucht man auch nur ein bisschen Stahl, ein bisschen Grafit und so Zeug. Einmal ein Blutalter. Na... Na, sieht jetzt fancy aus. Loil. Wenn ich, wenn ich sprinte und mit der Pfanne schlage, hab ich den Creeper grad über unser halbes Boudoir hier geschoben. Die Sonne geht auf und der Regen hört gleichzeitig damit auf. Okay, das schwerste, was wir brauchen, ist ein Diamant. An der ganzen Quest. Ja, ich brauch auch noch mal einen, das heißt... Sieben wir noch mal weiter, später. Wir werden eh automatisch noch mal sieben, das müssen wir jetzt nicht extra dafür tun. Mal schauen, kann ich mein Blutkram zu deinem nicht existierenden Formcraft-Kram packen? Klar. Nachdem. Achso, ich hab noch einen Zombie-Kopf. Yay. Beziehungsweise, das Ding soll anscheinend mit... ... einem Mob-Spawner gut funktionieren. Oh, wir haben noch einen Mob-Spawner. Ja. Ich kann das ganze Kram wegschmeißen, wenn wir so viel von. Ich kann das ganze Kram wegschmeißen, wenn wir so viel von. Da. Ich bin echt verletzt. Errp. Okay, und da brauchen wir anscheinend diese Opferrunden für. Ah. Und in den Fischensfiguren kannst du gleich daneben stellen, notfalls. Also, das ist bestimmt auch hilfreich. Naja. Äh, Fischer, Planter, Harvester. Hab ich hier alles. Ich brauch noch zwei Gold und noch zwei Plastik-Sheets. Okay. Äh, hast du Gold gemacht, oder? Lägt glaub ich noch drin. Die Kiste nicht mehr. Hier drin. Ja, aber ich muss doch mal den Tank nachfüllen. Hat noch jemand einen Eimer? Ich hab noch einen Eimer, ja. Obst du? Da. Komische Sacrifice. Oh, pff. Danke, ich hätte ja gern noch einmal Lava rausgeholt vorher. Was? Kann man das? Der kann doch nochmal mehrfach Lava rausholen. Mit dem Eimer. Hast du's aufgefüllt? Jetzt ist da wieder ein Stein drin. Okay. Das wusste ich nicht. Ja, hier ist grad nicht ganz genug drin. Hier kannst du gern auffüllen. Okay. Warte mal. Naja, zwei Eimer reichen auch vorerst wieder. Molten Gold, ja. Ja, warte mal. Ich hab hier die Base drin. Äh, wie dreht man das um? Dass das Gold zuerst rausgeht? Draufklicken. Argus? Ja? Lässt du dich für mich verletzen? Ungern. Auch gut. Ich verletz mich nur für mich selbst. Oh, warum? Weil ich mir was Blut brauche. Okay. Okay. Einfach mal ein bisschen was rechtsklicken. Ach, rechtsklick. Oh, ich hab was bekommen. Was hast du bekommen? Sacrificial Orb. Damit halt rechtsklick. Ach so. Ach so, okay. So, jetzt hab ich ein Herz. Und noch? Hier? Oh. Wunderbar. Blut. Genau. Blut. Ich muss mal gucken, wie ich da die Mobfarm rein servieren kann. Was ist? Wenn ich da meine Pickaxe rein tue, dann kommen Regenbogen. Siehst du das? Meine Pickaxe. Seh ich, ja. Strange. Jo. Da ist noch genug Gold für 8 Inkips drin. Da werde ich jetzt nicht alles rausleeren. Das reicht mir. Ich hab jetzt hier... Die restlichen 10 pack ich in die Kiste daneben, und das kann der Rest selber rausziehen. Hm. Hättest du einen mehr drin gelassen, hätte man... hätte man eine Base hingließen können. So. Kannst du wieder einen nachkippen. Und die nächste Quest ist fertig. Bloody Power. Yay. So. Äh... Die... Ops... Könnt ihr mal alle hier rein tun. Ich informiere mich mal... Ich... äh... Ich informiere mich dann später mal. Wie genau das da abläuft. Oh! Hm? Schon wieder so ein Fisch-Paket. Enderfisch, Nightfisch und... Netherfisch. Spaghetti. Lass mal nachschauen im Moment... Ähm... Questbuch. Können die stacken? Nein. War klar. Steel Power... Nee, gar nicht. Wo... Wo ist es denn? Ach da. Ein Divination Sigil. Wir haben 51 Leben. Ja. Ich glaub das reicht nicht. Äh... Warte. Besser. Jetzt haben wir 52. In welcher Kiste liegen die ganzen Blut-Ops? Da oben. So, in der Greater Reward-Bag mit... Stormcraft ist gerettet. Was? Wieso? Acht Aura-Nodes und 16 Silverwood-Saplings. Schön. Ha. Krass. Ach ja... Not-Node. Creative-Mode-Only. Ja, ja. Denkste. Hm? Ja, da fällt mir ein. Soll ich schon mal einen platzieren einfach? Äh... Ja, pass aber auf, ne. Da können auch... Äh... Staubsauger... Nots rauskommen. Nots. Nots. Dann lass dich das mal sein. Stop-Sauger-Node. Yes, wir saugen dich ein. Nennt sich Vakuum, aber... Ja, egal. Stop-Sauger klingt besser. Ich suche eigentlich immer nach, ähm... Liebe und Luft, aber... Ne, egal. Eigentlich suche ich meinen Rubber. Ja... Das sind die Plastik-Sheets. Okay, da hab ich sie. Und noch mehr Blut. Oh, ne? Was ist die Plastik-Stone? Oh, ne? Ach, was ist die Plastik-Stone? Ja. Was ist da? Äh... Was? Ich hab' ne Inva-Ex. Ich hab' ne Eisenachs gemacht. Die sah auf dem Bild so gleich aus. Haben wir noch Inva da? Äh... Ich glaub' nicht, nee. Wie wird Inva gemacht? Mit zwei Eisen und einem Nickel im Melter, oder? Theoretisch, ja, aber irgendwie klappt das nicht. Ansonsten nimm... Geht das mit dem Pulver? Ja, das müssen Pulver gehen. Ja, dann machen wir das so. Äh... Pulverized Iron Ore. Haben wir, glaub' ich, sogar hier noch zwei drin, genau. Nickel haben wir einmal. Auch sieben Glas. Ach, passt ja perfekt. Also ein Nickel und... Ich hab' zwei Gold Ore mir genommen, ups. Hast du das Pulverized Iron genommen? Ah, das liegt da unten. Oh, ich hab' schon. Passt schon, passt schon. Alles in Ordnung. Geht aber nicht. So, Divination Sigil. Nächste Quest fertig. Was? Schon? Jo. Krass. Mal schauen. Ich hab' dann nehm' ich ein Power Catalyst. Ich hab' dann nehm' ich ein Power Catalyst. Und sollte einmal von euch ein Langsware Catalyst und noch ein Power Catalyst nehmen. Jo, ich hab' dann längst' dann voll wahr. Dann nehm' ich ein Power. Kutsch. 54 Hertz. 55. Oh, kass. Das ist schon übel. Und Reward Bag mit... Corn Seeds. 16 Blackberry Seeds. Okay. Hamm Sprecherasse. ... Das ist schon alles.